Schau, dass es nicht den ganzen Herd einsäuert. Was sagt man dann so? Herd? Was sagst du denn? Ah, ich dachte, du sprichst von diesem, aber du sprichst von diesem Herd. Ein Herd. Kochherd. Onions, mein lieber Freund. Wunderbares Gemüse. Kann man ganz, ganz viel damit machen. Wirst du lieben, weil es so recht fleischähnlich wird. Wir machen das Pond Püree. Das ist nichts anderes als ein Herdöffelstock, aber klingt ein bisschen geiler. Dann machen wir Zwiebeln. Dann halbieren wir, anbraten, schön mit Rotwein, dunklen Schien kochen, schmoren. In der Pfanne, dann in den Ofen, ein bisschen Gewürz dazu. Was man bei uns macht aus so etwas, ist ein Zwiebelnkuchen. Aber nicht so, dass du da rumgehst. Wurde auf Französisch ist irgendetwas. Mit Zwiebelnkuchen. Aber wie fangen wir an? Fangen wir mit dem Herdöffelstock, aber die müssen wir mal weich kochen. Das heißt, du schälst die. Oh, das mache ich wirklich nicht. Du schälst die Zwiebeln, ich schalte die Herdöffel. Nein, wir machen die Herdöffel. Hä? Jetzt schnell mal eine Frage. Ja, bitte. Mehl kochende Herdöffel geht auch mit fest kochenden Herdöffeln in Frankreich. Die Grandseniora, der Bolbo Guisse, der Robuchot, die haben immer fest kochende Herdöffel genommen. La Ratte hat die Sorten geheissen. Wir machen es normalerweise mit Mehl kochenden, aber es ginge auch mit den anderen. Falls ihr zu Hause fest kochende habt. Okay. Du weißt, das ist überhaupt nicht meine Frage gewesen. Bombüro, der Scheissdreck. Wie viel Wasser kommt rein? Hast du nie Herdöffel gekocht? Nein. Hast du die Herdöffel gekocht? Nein. Frittieren immer nur. Was? 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 Schau, dass du nicht den ganz Herd einsaust. Ist das gut? Sagen wir denen so. Herd. Was sagst du denn? Ah, ich dachte, du sprichst von diesem Herd. Aber du sprichst von diesem Herd. Ein Herd. Kochherd. Den Hansel. Den haben sie ins Gehirn geschissen. Wissen du, dass du irgendwie über eine andere Sprache sprechen würdest? Dann schnurrst du nicht von Anfang an. Brunoas, Matignon, Perigo, Accetto, Grandseniora. Der Bolbo Guisse, der Robuchot, das muss auf die Höhe serviert werden. Antioxidantien. 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 Lerette. Pond Püree. Ich schäle da weiter. Da du die Zwiebeln halbieren. Anbraten. Schön in Olivenöl. Richtig schöne Farbe. Das ist von meiner Kochlehre. Das ist noch graviert. Das Messer ist 18 Jahre alt. Also ein bisschen mit Respekt behandeln. Ich habe etwas gesehen auf meinem Instagram. Nein, sicher nicht. Mal schauen, wie deine Messer sind. Broken into, torn apart. Ein bisschen mit Respekt behandeln. Worlds collided. Ein bisschen Ehrenfurcht haben. Vom grossen Sr. Bach. Du Gleiswohr dreckig S***. Ich habe gesehen vom Mediashop. Ein Messerset kostet im Gesamten 20 Franken mit 10 Messern und einer Schleifmaschine dazu. Dafür die Zwiebeln. Wie viel hat das gekostet? Ich glaube 2 Franken. 1,50 meint. Herdöpfel kannst du jetzt bierteln. Je nach Grösse einfach Würfel schneiden. Hier zur Zwiebeln kommt noch Knobbeln. Kann man einfach so ein bisschen antutschen. Wichtig ist natürlich auch, damit Herdöpfel nicht komplett wässrig schmecken und unser Bombeiro gleich nichts schmeckt, Salz in Swazwürfel. Oh! Oh! So müssen wir die Mutz zur Farbe hier. Wirklich schön anrösten. Nachher kannst du den roten aufmachen, den brauchen wir zum Ablöschen für die Zwiebeln. Geil! Butter. So müssen die Zwiebeln aussehen. Wirklich schöne Farbe. Schön geröstet. Butter ist schön braun geworden. Jetzt bräuchte ich den roten. Wie viel? Mehr. 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 Keizig. Gut, gut. Das ist übertrieben. Wirklich so viel Filme muss man da rein tun? Ja, da darfst du auch ein bisschen. Und auch noch ein bisschen Salz fände ich gut. Stimmt, das haben wir vergessen. Pfeffer auch. Kräuter. Was ist das denn? Das ist Oregano. Das ist Oregano. Oregano? Oregano oder Oregano? Ich sage es richtig. Monopoly oder Monopoly? Backgamming. Warum kannst du es rein tun? Jetzt schön warten, bis der rot wie einer reduziert. Dann können wir schon mal für das Bombenbüro alles vorbereiten. Das ist ja Piemonteser, oder? Nein, das ist Piemonteser. Piemonteser, oder? Piemonteser. Piemonteser, Italien. Piemonteser, Italien. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Italien oder so. Ich weiss nicht mehr, aber ich bin die Topf, die ich dabei kaufe. Und den Härtöpfelstamper kannst du mitnehmen. Ist das ein Härtöpfelstamper? Ja, ein Stamper. Das hier, Brudi, das du gekauft hast, hast noch kein Geld verdient. Das war jetzt einfach ein normaler Ding, das du gebogen hast. Gell? So, hast du genug eingekauft, Triniko? Ich muss ja auch ablöschen, wie viel ungefähr? Einfach so, damit es schöne Flüssigkeit hat, wo es drinnen schwimmen kann. So, in den Ofen hinein. Geht so in den Ofen? Ja, das Biberli darf verdrücken. Es gibt es von oben, sonst gehört. Wie du, wenn du in der Sonne liest. Hast du ja auch gerne, wenn du von oben, unter den Sand, dann noch ins Wasser. Das ist wie du. Es sieht wieder aus, da hier. Genau, du solltest dran sputzen. Ja, Noah, koch du. Oh! 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 Oh, ist der Herd heiß? Oh, ich dachte, eine Induktion mit Magnet und so. Das wird gar nicht heiß. Warum ist die scheisse heiß? Du hast es sicher noch nie gekocht. Die Herdöpfel sind dann auch heiß, wenn sie rauskommt. Ein rechtes Mödali-Anke. He, he, boy. So viel Anke, Digi. Beim Herdöpfelstock geht es nicht darum, wie viel Butter du in die Herdöpfel bringst, sondern wie viel Herdöpfel du in die Butter reinbringst. Dann hast du ein Bombenbüro. Ich habe einen Herdöpfelstock. Du machst eigentlich fast 1-1. 1-1, 2-1, 3-1. Das kommt immer davon, wer spielt. Nicht zu viel Laktose. Ja. Salzen. Muskelknaus. Dann brauchen wir eine Muskelknausse. Ich würde im Fall jetzt zwei von denen, dann könnten wir den Tag anrufen. Das stimmt, das ist giftig, wenn wir sie hoch dosiert sind, aber wir wissen nicht, wieso man das nicht machen. Kopf nicht drüber reden. Ich kann Schafe stampfen. Weisst du wie? Sorry. Schreib mal in den Kommentaren, ob du schon mal so einen stampfrei gesehen hast. Hä? Hoppubank. Eingespannt. Gib es doch einfach zu. Ich weiss es genau. Jetzt tun wir mal da. Ein bisschen Milch und Butter dazu geben. Wir sehen nachher die Sorten weniger Flüssigkeit, mehr Flüssigkeit. Wie viel Flüssigkeit war im Herdöpfel schon gespeichert vom Kochen im Wasser. Darum ist es immer schwierig, mit einem fixen Rezept zu arbeiten. Ihr müsst einfach so viel Flüssigkeit dazu geben, dass ihr ein cremiges, geschmeidiges Bombenbüro habt. Haben wir das, Nico? Ich muss es von dir hören. Wenn wir jetzt in den Bergen wären, wenn das Schnee wäre, dann wäre das frische Powder. Gibt es noch ein bisschen frische Butter? Wie viel möchtest du gerade die Opfer? Der ist hier. Es geht darum, wie viele Herdöpfel bringen wir in die Butter rein? Das ist gar nichts zu sein. Gib mal das Mötchen rein. Das ist eine Katze! 25! Du machst uns heiss! Mann, das sieht so genial aus! Schluckli Aceto Balsamico. Kommt auch noch rein? So langt schon. Wie eine Nocke. Einfach zuschauen und lernen. Das ist wie in der Kindheit. Die Seele machen. Okay. Ist nicht so heiss. Kannst du auch ohne? Nein, das war im Offen. Ah, ja schlimm. Das ist zu krass. Drei. Drei. Soße aus der Pfanne direkt. Da wird mit Liebe gekocht. Herzhaft. Richtig, richtig gut. So lange habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Ey, das ist wirklich kein Wert. Es ist so einfach, wenn ich... Einfach, aber so gut. Man muss ja sagen, der Herr Ritterstock ist auch schon... Das ist auch schon genial.